Schön, dass ihr hier seid. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Luisenplatz bei eurem Streit. Wir streiten hier für zwei verschiedene Tarifverträge. Den Tarifvertrag des Landes Hessen, die Haupthochschule und den Tarifvertrag der TU Darmstadt, die einen Hausverliebvertrag hat. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen der Hochschule Darmstadt und der TU Darmstadt. Euro! 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 Euro Wir wollen natürlich alle dasselbe und wir wollen nicht schlechter gestellt werden als unsere Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern, die bereits einen Tarifabschluss haben. Wir wollen hier besser gestellt werden. Mehr geht immer.